Hallo Leute herzlich willkommen zu einem neuen Part von ähm 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 Minecraft Story Games ich habe das jetzt zusammengeschnitten es tut mir ziemlich leid oh eine Runde Mitleid und ja die Arena geht es los ich bin heute Together mit einem Typen der eine ominöse Person und die haben sie übrigens alles mit Diamanten gemacht deswegen so scheiße und ich denke wir verkacken heute die Person heißt ähm jetzt hab ich den Namen vergessen ominös ach ähm ich weiß nicht wo bist du denn hallo ich bin hier hinten bei den Küsten Alter warte wieso gehst du nicht los Junge wir werden alle sterben wegen dir warte bleib mal kurz stehen Alter ich steh hier hier Junge hast du wenigstens Schwert? Ja dann dreh dich ich hab dir Schwert ja komm hier dir mit 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 ich möchte das Haus mit den sieben Truhen kriegen Junge hier lang das sind sogar mehr als sieben Truhen das ist natürlich geil pass auf da ist jemand hier vorbei bist du hinter mir ja so also entschuldigen dass es jetzt so hektisch war also erst mal herzlich willkommen hier ähm hier ist das voll überpowerte Haus hier sind so viele tun drin müsste wissen und ähm ja da raube ich jetzt erstmal alles aus geht's noch nicht mal auf jemand kommt hoch du musst den Köthen aber ich hab keine Waffen keine gute Rüstung klar du hast ein Goldschweig wo wussten du die kommt keiner nein ich hab jetzt schon so eine Diarrüstung hier bin ich was Alter von Brot wenn es sich um eine Diarrüstung also an als er vor ich frag wie sehr sich so scheiße anhört er kann er nicht dafür Skype verziert ihn heute sonst ist das eigentlich nicht so also Kuchen sind unnötig die brauchst du nicht ja kannst wieder reinlegen genau wie lehrer Schüssel lehrer Schüssel sind das unnötigste okay brauchst du noch irgendwas hier hast du dir schwer für mich ich hab nur eins brauchst du eine Diarrhose, Diarrschuhe ja Helm na Helm hab ich nicht doch Helm hab ich hier kommt zurück jetzt bin ich voll Diarr ich nehme trotzdem mal die Leder mit so ich hab hier nur schlechtes ein so ein schlechtes Eisenschwärz ist weil die Verarschung so ich bin voll Diarr jetzt kommt jemand jetzt kommt sie mal glaub ich zumindest so wir gehen jetzt raus kommt also alle Leute herzlich willkommen heute mal hier wieder so ein random part hast du die Trou hier schon ausgeräumt hier hinten ist es hier sind aber noch welche wo 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 ist die Schuhe du wirst nur du rennst mir die ganze Zeit weg jetzt geh ich hier mal ich tue mal hier die unnötige Lederrüstung rein du wirst nun hier ach von neben mir ja ja nicht hast du ein Heutschwert? ja ich hab sogar ein Eisenschwert warte hier ich muss äh ich kiste zerstören also Leute hat mir willkommen ich bin Javi tut mir jetzt leid dass ich das alles gezogen habe dass wir irgendwie gar nicht moderieren weil wir gerade so auch gespannt sind bei dieses Spiel hier ist ja beide ganz so schwer weil erstens die Karte klein zweitens haben alle Diya und äh kommt's noch hier aus ja ich bin rechts von dir Junge Junge hey KIA am Balkon ja wie sagt man nicht checkst nein ich bin fast gestorben alter wie so am halben ist diese Telles du wie sie teleportierst du dich mit einer Pferde nicht runterspringen du stirbst na ach ne hier geht ne Leiter runter echt na jetzt zumindest nicht früher sein können da sind war nichts drin außer nichts ha ha ey das ist ne Meloni kann wir abbauen ich baue ich ab soll ich bin runter ohne hier 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 das ist unnötig das kann man hier draußen sind wir noch über zig Kunden aber hier sind hier Lungern auch immer alle rum deswegen wir sind so viele Ton das feiert einfach nur so äh da ist nur Lederrüstung drin das können wir von Arsch Lederrüstung interessieren mich nicht hast du wenigstens ein Eisenschwerb an deinem ja ich hab ein Alter da steht drei Leute scheiße wir werden alle sterben ähm er rennen die Hälte ich komme nicht mehr raus doch du kommst da raus hier hier du musst man diesen Block auf den hier springen hier Junge es ist 3er Team hab ich glaube geschlagen pass auf die Schlangen auch von außen gehen in die Mitte leck 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 tot ha 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 was schöne geile Runde leck 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 und tot nein ich hab dich gekillt und jetzt noch den anderen zu willst du mich verarschen wieso killst du mich wieso killst du mich wieso killst du mich keine Ahnung wieso killst du mich ja da kommt jetzt noch ein kleiner ach so Leute ich wollte mal sagen für die die auch mein Gangame Projekt verfolgen ich hab nein nein jetzt kommt die Schienen ich kann ausreißen ich würde mal sagen ich schneide es ist hier weg weil es passiert eh nichts mehr interessant ist ne und wir sagen wir machen noch eine Runde weil sie war jetzt schlecht von dir zumindest kommt ja mein kleines Team ja ich hab irgendwie gar nichts hier gehabt nein Mist tot fuck it bist du tot nein ich hab die ganzen dir äh ich hab die ganzen dir sachen da liegen lassen oh okay das würde ich sagen bis gleich wiii gg 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 ich brauch zu essen Leute herzlich willkommen zu einem neuen Part beziehungsweise ist es ja immer noch dasselbe ja 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 nein ich bin gerade eben hier runtergefallen eigentlich steht hier oben das ist voll scheiße weil ich jetzt ein viel länger Weg hätte sonst hätte ich vier kurzer rennen müssen ja die ja die ja 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 da hin wo wir immer hingehen ich weiß ja nicht ob du das hoffentlich das richtig verstanden ich weiß ja nicht ob wir immer hingehen also da wo wir immer hingehen pass auf hinter dir ist jemand nein hey wo bist du denn ich bin hier ich bin hier ich würde auch sagen ich bin hier ich sehe dich da ja ich sehe dich bin hinter dir warte ich kann ja Russen geben ja ich hab mir nicht mehr ich hab mir nicht mehr oder eine eine truhe ausraum weil ich da gestruten dass auch davon ist einer mit überbrauchten Rüstungen je nach rechts da ich kann sagen auch wenn er schon ein nächstes ich nicht länger ja ein nächstes was auch der eine kommt da ja ich werde ich jetzt nicht weit angeschrieben wieso wieso bin ich so dumm denn jetzt ist gar nicht geschrieben hallo tut mir leid Leute nein ich bin tot das war so ein das war so ein Fail das ist nicht das ist nicht ich mache nicht Scheiße ich kann nicht ich kann nicht und ich würde es gleich angeschrieben wieso stelle ich mich nicht ins Skype eigentlich auch beschäftigt sonst werde ich doch mit einer Aufnahme auf ähm ja wie ja wie ja wie ja wie ja wie ja wie ja jetzt echt jetzt echt nein ich meine nicht dich ich das hat mir jemand geschrieben meine Cousine hat mich angeschrieben aber jetzt war echt so stelle ich mich jetzt galt mich auch beschäftigt ich werde dann noch mitten in der Aufnahme angerufen okay ich würde mal sagen ähm das war dieser Part ja wollen wir noch einen aufnehmen ja mein Lieblingsessen LP Nudeln HD und sogar Nudeln in HD jetzt hat mich jetzt hat mich auch mal die Cousine von dir angeschrieben Mord ja sie kann es halt Alter das hat man sofort das hat man voll wenn du auf die Tasten flämmst ich weiß es wird man bei mir an das hat man bei mir auch aber das kann ich als positiv gucken da kann ich den Part in Brot schneiden ja ja wie kann man sich hier hier Superman hier Superman hat jemanden Superman es gibt wie kann man sich auf Prozent ich habe sie gestern jetzt echten oben links da 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 kommt es weiß denn jetzt dann wirst du dann hörst du keine Sounds und so und dann hörst du auch dann wirst du auch nicht angerufen wusstest du das schon bin ich jetzt beschäftigt guck mal nein bei mir noch nicht du musst da rot machen okay das würde ich mal sagen ich würde mal sagen tschüss also äh tschüss bis zum nächsten Mal ja ah nein schreibt ja jemand wo okay tschüss bis zum nächsten mal tschüss tschüss du darfst auch noch tschüss sein tschüss Bis zum nächsten Mal.